It's your boys, GDP. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wer am Freitag mit im Stream war, weiß ja, was passiert ist. Die Jungs haben ordentlich reingepfeffert. Ihr habt mich fett überrumpelt, es wurden ohne Ende Subs verschenkt. Hier ist eine kleine Auflistung, also nur ein kleiner Auszug aus dem Aktivitätsfeed vom Freitag. Ich habe auf dem Screen gar nicht alles draufbekommen. Es wurden insgesamt 281 Subs verschenkt. Und wir standen bei einem All-Time-High von 541 Subscriber. Das war wirklich... Mir ist fast das Herz geplatzt. Mir war richtig schwindlig. Es hat wirklich gebollert. Hier ein kleiner Auszug. Alter. Alter, was? Oh Gott. Es wird nicht aufhören, was passiert ist. Was? Oh Gott. Vielen, vielen Dank. Oh Gott. Absolut krass. Absolut krass. Vielen, vielen Dank. Mir ist wirklich sehr schwindlig gerade. Dankeschön. Dank um Gottes Willen. Das fand ich um Bad Wolf. Jakusa. Ich kann nicht mehr höher scrollen. Es geht nicht. Ach du Scheiße, Leute. Viel, viel... Geht's immer. Macht ihr noch weiter oder läuft es einfach noch gerade, weil der Bot nicht nachkommt? Ich war an dem Abend wirklich komplett geplättelt und hab dann auch später noch meinen Standard-Giveaway gemacht und dachte mir dann auch so, Mensch, die Sachen, die hier draufstehen, die kommen dem ja gar nicht, die werden dem gar nicht gerecht. Ich mein, klar, ist es von den Safa-Schenkern natürlich auch nicht so in diese Richtung gedacht. Dennoch, ähm, dachte ich mir, es muss dann jetzt auf jeden Fall was Schickes folgen. Ich mein, immerhin gab's die Orion am Freitag. Das ist ja schon mal etwas, die USPS. Aber, weil wir hier erst einmal oder noch nie, nee, im Stream, erst einmal, äh, Gloves hatten und ich glaube, das waren damals die von Wallen, da haben wir so ein Doppel-Giveaway gemacht, hustle ich jetzt endlich auch mal Gloves raus. Und zwar gibt es diese Lunar Wave Driver Gloves, ihr seht sie ja im Hintergrund, die gibt es diese Woche im Livestream. Die Teile werden 1300 Bubble-Dollar kosten, sie werden in einem ganz normalen Giveaway drin sein. Sie werden 1300 Bubble-Dollar kosten und das Giveaway läuft jetzt von heute bis Freitag. Also ihr könnt heute in den Stream kommen und reinentern oder zumindest Bubble-Dollar sammeln, um dann reinändern zu können. Ihr könnt am Donnerstag reinentern, ihr könnt am Freitag reinentern. Eure Änderungen stacken sich auch, der Bot bleibt einfach durchgehend, so wie er ist. Das heißt, wenn ihr heute das Geld habt, um einmal reinzuentern, dann könnt ihr praktisch am Donnerstag oder am Freitag, wenn ihr ein bisschen gesammelt habt, einfach nochmal reingehen. Das Ganze kann man bis zu 20 Mal machen. Wenn nicht genug Bubble-Dollar hat, dann muss man sich verzagen, denn ihr könnt ja einfach Bubble-Dollar sammeln. Ich überlege gerade, vielleicht machen wir es einfach auch zwei Wochen lang, dann habt ihr zwei Wochen Zeit zu sammeln. Ist ein guter Plan, oder? Dann habt ihr sechs Streams, das reicht dann locker, locker. Ja, so machen wir es. Wir machen es so. Wir machen es zwei Wochen. Ihr könnt also heute, am Donnerstag, am Freitag und nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, Freitag sammeln und reinentern. Wer jetzt also bei Null steht, bei Null Bubble-Dollar steht, der kommt heute einfach in den Stream rein, schaut, schaut am Donnerstag, schaut am Freitag und dann sammeln sich von ganz alleine genug Bubble-Dollar an, um mitzumachen. Ihr könnt also ohne einen Cent auszugeben an diesem giveaway teilnehmen. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich mache mir jetzt dann soweit fertig, denn der Stream beginnt jetzt gleich um 18 Uhr. Die Livestream-Zeiten sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Kommt einfach in den Stream, sammelt Bubble-Dollar und seid mit am Start!